Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenobl Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Xenobl Chronicles 3. Letztes Mal haben wir richtig gut auf die Nase bekommen. Und das ist noch untertrieben. Jetzt lege ich mich auch direkt mit einem Boss an, ne? Mit einem Heiler, der seinen Job nicht tut. Flaming grad überhaupt nicht mein Heiler, ne? Aber ich will nicht boxen. Boxen mit wem anders. Die Flammig-Siviler, äh, die hat ja den Aufkrieg an. Ne, nur der hier. Du, fall mal um. Ja, gleich sind wir bei Hälfte. 660. Ich hab den Antichristenschlag gemacht. Hast du gut gemacht, Lance. Jetzt hast du noch einen aufmerksam gemacht. Hast du fein gemacht. Mann, jetzt erst mal den hier fertig, weil der schon halb tot ist. So, zack. Ich warte noch einen kurzen Moment. Danke. Kann ihn mehr umwerfen? Ich hab einen Elite-Gegner besiegt. Das hat Erfahrung gebracht. Wie hat sie jetzt mit dem da hinten auch nochmal, wie ich angefangen? Also, das war schon bei alten Zelda-Blades so. Manchmal fangen die Kirchen an, der voll unnötig ist. So, die Ohnmacht gefallen. Und tschüss. Ich wollte da oben hin, weil da eine Kiste offenbar ist. Da würde man von dieser Seite höchstwahrscheinlich drankommen. Da ist jetzt auch nichts, äh, so extremst am Monstern hier. Die mich jetzt finishen würden. Oh, ein Roggel. Das sind die Vögel. Ja, komm, neuer. Jedes Level-Up ist ein gutes Level-Up. Oh, gerade dich will man umwerfen. Komm her, du fliegendes Mist-Vieh. So, weg mit dem. Jetzt fast finito. Einen schwachglänzenden Plügel habe ich bekommen. Und ein neuer Reisepunkt. Es lohnt sich einfach, hier zu erkunden. Ist auch gut, wenn ich den Schwung verkacke, dann kann ich wenigstens sofort wieder da hoch. Ich hoffe, wir können das nicht nutzen. Neuer Reisepunkt. Eine Erntekette. Ich muss doch mal ab und zu mal gucken, was ich überhaupt an Ausrüstung neu bekommen habe. Äh, den Fiedereif habe ich bekommen. Das kriegt 100 pro sie. Die Erntekette ist sowas von für sie. Momentan bekämpfen wir nur Landmonster. Sonst soll der ruhig seinen Powerboost haben. So, dahin wollen wir. Da ist wieder eine Schlacht im Gange. Da kann man ja gut was absahnen, ne? Und ich denke mal, mindestens Level 10 wäre ganz gut. Ja, ich kann den Krabberich eh nicht helfen. Die Attacken zählen übrigens immer von dem Punkt aus, wo man sie genutzt hat. Heißt, drehen sie sich in dem Moment, zählt es trotzdem noch. Nur bei Flech-Standgriffen ist das meistens nicht so. Die können sich noch ändern. So, mein Flech-Standgriff ist leider nicht bereit. Kommt, nervt ihn um. Perfekt. Der Rückangriff war jetzt verschwendet. Danke für die Beute. Jetzt ist es, wir sind immer noch schwach. Level 6 ist nix. Nee, 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 nee. Das Ding nieder mir um. So, eine neue Nebenquest. Na, Lauria. Was hast du denn für mich? Hm, welcher könnte das wohl sein? Zu den Heilfischmauerklippen. Ja, dann habe ich ja einen Reisepunkt, ne? Und ich sehe schon einen Rollen bekämpfen. Äh, das wären jetzt Luftgegner, ne? Oh, da hinten ist ein Container. Ist doch wohl klar, wem ich hier jetzt helfe. Und geschafft. Easy peasy. Kein Problem. Ich dachte, ich kriege ein bisschen Harmonie für's, äh, Heimweg. Also für euch Wegweisen. Und wieder ein bisschen Erfahrung. So, wo ist meine Belohnung? Ach so, da oben. Nee, kann man knicken. Ist da unten Wasser? Also tiefes Wasser. Da ist ein fetter, dicker, fetter Lachs mit Level 50. Wasser verhindert nämlich Sturzschaden. So, bloß nicht mit den Fischen anlegen. Die Insta killen mich. Das ist etwas decent, oder? Hier weise ich mal eben kurz den Weg. Such ist die Offseer's Duty. Oh, wieder ein bisschen Harmonie. Das Rad, das füllt sich langsam. So, jetzt ist es an der Zeit. Mal. Den Nächten kriege ich ja anzetteln. Zeit für Story. Das Alphi-Total. Okay, keine Filmsequenz. Unser Vorhut kämpft mit Wölfen. Wolfen. Einer muss ja der Gute sein. Ja, je mehr, desto besser, ne? Ah, jetzt darf ich meinen Mitstreifen hier endlich sagen, was sie zu tun haben. Danke. Äh, Angriffe konzentrieren auf den da. So, in die Richtung. Komm. Ja, allen drei hätte ich nicht runtergehauen. Wenn die Angriffe konzentriert sind, dann ist es viel praktischer. So, den Ohnmacht-Extreme schlag den Hebruch und verdient er auf. Muss man halt alles erst freischalten, ne? So, tschüss. Danke für die Angriffe. Danke für die Angriffe. Das ist alles, was wir bekommen. Wir brauchen etwas mehr mitzuhalten. Dich mir über das. Die Kolonier, die wir den letzten Tag haben, Dirt-Rank. Dich mir über die Flamme-Klok. Dich mir über die Flamme-Klok. Es war nur ein Geheimnis, Mann. Kein Geheimnis zu schlafen. Ist es so schlecht? Ja. Einmal ist hier nicht gut. Einmal fühlt sich... ...einmal ist... Noah's Intuition ist niemals falsch. Freunde, besser hören zu Noah. Ich verstehe. Ich dachte, wäre jetzt ein Indie mit Filmsequenz. Ah, okay, ist nur ein neues Tal. Okay, wir haben das Alfetto-Tal erreicht. Versammeln und auflösen habe ich jetzt erlernt. Mwamba, wenn die Dinge schmerzen, schau dir hinter mir, ja? Lance, du fokussierst auf den Angriffen, dann gehen wir mal. Ich müsste mir mal den anderen Angriff angucken, den ich für den Hauptschaden nutzen kann, ne? Der nicht den Boden hiebt, sondern den Luft hiebt. Ich weiß, es ist kein Flächenangriff, aber... Eventuell macht er ja gut Schaden. Ich habe mir den da für Fettificher. Parolfe, die sich nach und gönnen. Nee, ich lasse dich mal in Ruhe. Ich will den Container haben. Dafür bin ich hier oben. Für ein paar Nupon-Silbermünzen. Immer willkommen. Er kann direkt hier runter, ne? Das, der ihn ja gleich überspringen will. Da vorne ist der Treffpunkt. Mh... 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 Achtung, Riku... Mh... 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 Endlich mal was stärkeres... ...sagt ich jetzt. Ein Cocktool Erstmal zum Schwanken bringen Jetzt habe ich den Lufthieb Gar nicht ausgetauscht Mach ich vor der nächsten Folge So, machen wir mal Schmetter-Kombo Wo ist hinter ihm? Ich habe das viel nicht zum Schwanken gebracht Der Lufthieb, der macht ja zumindest 200 Schaden Das ist etwas Positives Geht mit dem Extremschlag gerade auf Ich will ihn vorher nochmal versuchen umzuwerfen Komm, jetzt werft ihn um Ja, Hexen und O-Mach gefallen Ernsthaft? Der Lufthieb hat verfehlt? Komm, fall tot um Zack Ihr seht Ist es nicht eher was Trauriges? Wir sind nicht so weit Wir sind nicht so weit Was ist? Well Well Thing is I was thinking After this I think I'm gonna go And put in a transfer To the Salvage Corps You never know what will happen On the battlefield, right? You can laugh at me If you want I ain't laughing, man We've only been alive this long Because you've always had our backs Yep We owe you a ton Just make sure you get to your homecoming, okay? Lance Uni You guys Mamba Now not time to relax tear ducts Let down God And you fill flame clock of someone else Riku Come on Haha Well, you don't mince words You're all right though Sorry Noah Huh? Oh no, it's not that I guess I was just thinking about your homecoming Maybe feel a little sad Ja, das ist ja einfach nur, dass sie sterben Moamba Salvage is an important service Don't feel like you owe us anything Thank you so much, Noah Right then Let's get this operation done Next month's a homecoming I'd love to make it to my homecoming Maybe if I'm lucky Of course you'll make it We all will I wonder I mean I'm not like you guys I'm so clumsy Come on Come on You're not What about the last match? You did way better than everyone else We still lost though, right? It's okay I've sort of half given up already Joran Well, at least Huh? When I do die I want to at least be of some use Enough of that What? Don't talk like that I've always told you we're a team Haven't I? That means now And always Noah Noah Huh? I'm gonna go on ahead We got a call Martha's team has a spot for you, apparently Ah Right Do me a favor Come along with me To the office When you apply Got it The commander can be Intense Exactly Later I'm gonna go on ahead passiert ist. Alter, jetzt ist der ein trauriges Ende. Alter, das ist bei Xenoblade ja immer so, dass, äh, wenn da einer stirbt, dass wirklich traurige Tode sind. Naja, auf jeden Fall. Der Part heute ging schon lang genug. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, kennt ihr ja den Drill. Ein Abo lassen, ein Like und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!